hallo liebe gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal und heute spielen wir natürlich dark souls 3 weiter letzten stelle waren wir hier stehen geblieben und heute schauen wir wie es hier weiter geht ziemlich verwinkeltes gebiet aber echt wirklich cool gemacht so dann gehen wir mal hier weiter ich würde gerne mal einen loot holen ich hätte sie irgendwie an wie ein pferd irgendwie rumgeht und ich finde die schon wieder ich hasse diese na komm her boah ey jetzt stirb meine fresse rüstung des huerpriesterritters alles klar ist vielleicht mal interessant wenn man magier spielt oder so überlege ich mir sogar schon für das ng plus dann so jetzt können wir erstmal den hier kommen geht mir sowieso auf den sack komm her boah meine aussah ist echt wenig ich kann da wirklich fast nichts machen ich muss echt mal vielleicht in der ausdauer ein bisschen mehr skillen dass ich mehr schläge machen kann so und ok boss raum hier ist boss raum alles klar da gehen wir jetzt natürlich noch nicht rein weil ich will mir erstmal schauen dass ich mir alle wege aufmache was gibt und ich will eventuell noch warten warte mal status will eventuell noch ja circa 6000 seelen farben weil dann kann ich noch ein level machen bevor ich da reingehe vielleicht auch sogar ein ausdauer ok das ist der weg von unten da vorne links war ja der shortcut glaube ich müsste der weg von unten sein ok das ein gegner wie gesagt da gehen wir jetzt noch nicht rein ach schau brutal geil aus so gehen wir mal hier runter dann schauen wir mal dass wir den einen typen unten schnauze einfach schnauze so glut sollte auch so mal vielleicht probieren bei den bossen mit glut zu spielen habe ich noch gar nicht gemacht aber habe natürlich einen vorteil ist klar wenn man einfach mehr leben hat nein kommt denn die albert ist hier da war doch gar keiner da wo ist denn der jetzt da ist er oh ruhm puff ach god da ist der da ist der sind unten noch gegner sind da keine so weiter erst mal den machen So, okay. Das war's mit dem. Wie kommt man dann... Aha! Da runter springen, dann kommt man da rauf. Alles klar. Das werden wir aber gleich machen. Ich will bloß noch den einen Blitztüppi da hinten erledigen. Wollen wir jetzt hier eine Treppe nach oben? Ist das ein Geheimgang oder so? Alles klar. Magie-Klauenring. Schauen wir uns gleich an. Magie-Klauenring. Erhöht magische Angriffe auf Kosten der Schadensminderung. Ring mit dem Motiv einer Hand, die nach einem blauen Stein greift. Erhöht magische Angriffe auf Kosten der Schadensminderung. Einer alten Fabel aus London zufolge hat der Klauenring einen besonderen Reiz auf die Mutlosen, die andernfalls der Verzweiflung erliegen würden. Okay. So, das ist hier noch irgendwie... Wird los. Jetzt machen wir aber erstmal den da hinten. Alles klar. So. Nein. Boah. Oh. Jetzt ist aber Ruhe hier. Es ist Ruhe. Okay. Ah, so werden wir wo es hier reingekommen. Okay. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Hinten sieht es aus, als wenn hier gar nichts wäre. Aber ich habe... Doch, muss ich mal schauen. So, hier ist jetzt eigentlich... Jetzt hole ich mir bloß noch schnell den Loot. Ah, hier war es falsch. Ich nehme mich da oben hoch. So. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Optimal. Ring des Sonnen Erstgeborenen. Schauen wir uns das natürlich auch an. Äh... Der Ring des Sonnen Erstgeborenen verstärkt Wunder enorm. Der Ring des Erstgeborenen der Sonne, der das Licht des ersten Fürsten Gwyn erlebte, er verstärkt Wunder enorm. Der Erstgeborene der Sonne war ein Gott des Krieges, bis ihm eine Göttlichkeit als Strafe für seine Torheit entzogen wurde. Es ist kein Wunder, dass der Name in Vergessenheit gerät. Okay, ist eigentlich auch so ein Magierring. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir da. Geht's hier hinten noch irgendwo weiter? Na. Hier oben waren wir noch nicht. Okay, hier waren wir noch nicht. Oder waren wir hier schon? Nein, ich glaube hier waren wir noch nicht, oder? Ah, okay, okay. Versteh, versteh. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer heißt, wir können von hier normalerweise ungestört hier rüber und zum Boss hoch. Alles klar. Das ist ja sehr schön. Wir sind ja gleich beim Boss. Zack. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist, es war ja ganz am Anfang von dem Gebiet, gab's ja auch eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Die würde ich mir eigentlich gerne nochmal anschauen, ob wir die irgendwie öffnen können. Ob es irgendwie einen Shortcut gibt, oder irgendwie sowas? Dann gehen wir nochmal hier lang. Genau, hier haben wir ja den Shortcut geöffnet. Da ist der komische Brennidiot, da sind die zwei. Okay. Wie kommen wir da hin und können diese blöde Tür öffnen? Hier ist dieser Shortcut. Also nicht Shortcut, aber hier ist das Leuchtfeuer. Können wir hier vielleicht lang? War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht, aber es sieht so aus, als wäre hier auch nix. Also es ist wieder irgendwie eine Mauer, die man aufhauen kann. Okay, hier ist nix. Hier hinten ist, glaube ich, auch nix. Ne, sieht nicht so aus. Hier auch nix. Ey, wie geht's denn da hinten rein? Das gibt's ja gar nicht. Wie komme ich dann da hinten rein? Hier geht's zum Boss. Verstehe ich. Ah, die zwei, die... Warte mal, kann man hier vielleicht irgendwie durchglitschen? Hier sieht's ja aus, wenn da auch noch so eine Ebene ist. Okay, hier geht da rein. Dann geht er mal da rein, genau. Dann geht Mini auf den Sack. Geht mir nicht auf den Sack. Ja, ist doch... Mein Gott. So, Schnauze. Ruhe im Puff. Wollen wir den noch machen, weil sonst geht der Mini richtig auf den Sack. So, komm her. So, dann haben wir den auch. Sieht fast aus, als würde man... ...da irgendwie hoch müsste. Aber wie komme ich denn da hoch? Da hinten komme ich doch gar nicht hoch. Das ist doch ne Wand. Wie komme ich da hoch? Meie, meie, meie. Es war ja klar, dass die mir jetzt sehen. Da geht's auch nicht lang, oder? Kann man da irgendwie rüberspringen? Oder komme ich da erst hin, wenn ich den Boss erledigt habe? Hm. 32.000 Seelen. Dann kommen wir auch nie rüber. Okay, Leute. Ich würde sagen... ...ich gehe jetzt nochmal zurück. Zum Feuerbandschrein. Werd ein Level machen. Dann werde ich schauen, dass ich vielleicht mal den Boss mache. Aber das Gebiet ist für mich auf keinen Fall abgeschlossen. Okay. ...ich gehe jetzt mal an. Schauen wir hier nochmal lang. Weil in die Richtung ist es ja auch eigentlich. Mal den da nochmal schnell killen. Und den da gleich nochmal. Vielleicht kann man die irgendwo runterspringen oder so. Glaube ich ja nicht. Ich glaube da springe ich in den Tod. Okay dann muss es ja eigentlich hier irgendwo weiter gehen. Trotzdem nochmal alles absuchen. Okay da hinten war das. An die Hunde. Hier waren die Hunde. Und hier geht es ja eigentlich nur runter. Hier geht es ja runter bei den blöden Viechern da vorbei. Hinten war die Kiste. Hier war aber eigentlich nichts mehr. So ich probiere dazu einfach mal durch zu rushen. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt die Typen dazu erledigen. Nein. Das ist aber gut. So. Ich gehe jetzt mal auch wieder hier am Anfang. Und ich wollte eigentlich da hinten. Irgendwo da oben links ist es. Wo wir hin müssten. Okay das ist hier unten. Dann komme ich aber auch von da runter hin. Wenn man da lang geht. Dann kann er da trotzdem mal anrücken. Dann kann ich da unten gehen. Bitte ist hier irgendwo was. Schaut nicht so aus. Dann geht es auch gar nicht schon runter oder? Ich sterbe ja auch wenn ich runter falle. Was hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Sieht nicht so aus. Was hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Was hier vielleicht? Ich bin nicht so aus. Ich habe hier noch nicht gehalten. Gut. Na ja. Ich bin nicht unter. Es ist so aus. Ich bin nicht so aus. Die haben jetzt bloß ein komisches Wurmvieh. Okay, die haben wir schon. Hm, 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 hm. Da wissen wir, warum die so schnell im Wasser rennen können und ich nicht. Okay, das ist das eine Ding da von oben gesehen, da vorher die Ritter drin waren. Vielleicht kann man da wirklich gar nicht hin, aber da gibt es doch eine Tür. Die würde ich gern aufmachen. Ich habe keinen Plan, wo ich da hin muss. Jetzt sind wir wieder in dem Leuchtfeier. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt zum Feuerbandschrein. Level ein bisschen, schaue, was es so gibt. Schaue vielleicht nochmal nach, dass ich die Tür irgendwie öffnen kann. Und in der nächsten Folge sehen wir auf jeden Fall, schauen wir uns dann den Boss an. Dann schauen wir mal, was der so drauf hat. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, einfach wieder einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer André.